Ich hab's nicht den Strecke vor den Augen. Ich hab's nicht den Strecke vor den Augen. Die verhaut er, ich hab's nicht den Strecke. Die verhaut er. Pass auf. Ja, die verhaut er. Ja! 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 Das 2-2-1 für die Wiener aus der Amateure zum zweiten Mal Viertelfmeter Torschütze Nr. 25, Martin Parra. Untertitelung des ZDF, 2020